ich wünsche euch und ich wünsche ihnen einen schönen guten morgen auch heute habe ich wie den vergangenen vier wochen keine ansage zu machen weil wir alle das e-learning betreiben auch für diesen tag des e-learnings wünsche ich euch viel freude und ein gutes gelingen heute machen wir lektion wir brauchen die schiebel am computer arbeiten oder auf dem handy viel zu tun du hast vergessen so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich kann das Video heute leider nicht einstellen. Die Internetverbindung ist viel zu schlecht. Jetzt haben sie mich aber ganz schön erschreckt. Bis zum nächsten Mal. Ich habe 155 Assignments, 66 Zoom Meetings und Instagram, Netflix und TikTok warten auf mich. Also komm schon. Auf 3, 1, 2, 3.